In diesem Beispiel lernst du, wie du Punktkoordinaten aus einem Koordinatensystem abliest. Lies die Koordinaten der Punkte a und b ab. Die Koordinaten von a beschreiben, wie man vom Koordinatenursprung zu Punkt a gelangt. Die erste Koordinate heißt x-Koordinate, denn sie beschreibt den Weg entlang der x-Achse. Vom Ursprung gehst du einen Schritt nach rechts. Die x-Koordinate ist also 1. Von hier aus sind es zwei Schritte entlang der y-Achse nach oben. Die y-Koordinate ist 2. Schreibe die Koordinaten so auf. a, 1, 2. Zu Punkt b kommst du durch vier Schritte nach rechts und einen Schritt nach oben. Die x-Koordinate von b ist 4, die y-Koordinate ist 1. Eine andere Methode zur Bestimmung der Koordinaten geht so. Zeichne vom Punkt a aus parallele Linien zu den Koordinatenachsen. Die Linie in x-Richtung ist eine Einheit lang, die Linie in y-Richtung zwei Einheiten. Also hat a die Koordinaten 1, 2. Genauso mit b. In x-Richtung vier Einheiten, in y-Richtung eine Einheit. b hat die Koordinaten 4, 1. und pieds. Untertitelung des ZDF, 2020